Glühende Metallkugel gegen Rauchmelder Ich habe mir hier so einen Rauchmelder gekauft und wollte wissen, wie zuverlässig diese Dinger wirklich sind. Auf den ersten Blick ist dabei nichts besonderes. Hier ist ein Knopf zum Testen. Es tönt bis zu 75 Dezibel. Es ist schon sehr laut. Dafür habe ich hier Gehörschutz gekauft, was irgendwie mehr nach irgendwelchen Haribo Bonbons aussieht. Wir machen jetzt der Kugel Feuer unterm Hintern und ihr drückt Pause und schreibt mir. Denkt ihr, die glühende Kugel bringt den Rauchmelder zum Singen oder nicht? Wenn ihr denkt nein, dann bitte mit Begründung. Nicht schummeln Freunde, denn für Schummler gibt es keinen Platz im Himmelrad. Die Kugel ist ein Knopf. Wenn es ein Knopf ist, dann wird die Kugel verbunden. Dann haben wir das für Schummler gemacht. Wir machen das für Schummler. Der Kugel ist ein Knopf. So, ich hoffe, ihr habt eure ehrliche Meinung geschrieben, die Kugel glüht, wir werden es gleich sehen, seid ihr bereit? So, es raucht. Schau mal, wie es sich in das Plastik rein frisst. Hier kann man es sehr gut erkennen, dass der Rauch aufsteigt, jedoch ist der Rauch-Sensor im Inneren und irgendwie geht der Alarm nicht los. Jetzt ist der Alarm losgegangen. Aufwachen! Feuer! Feuer! Es ist wieder ruhig. Ich denke, die Kugel hat den Lautsprecher verbrannt. Es qualmt ziemlich stark und stinkt nach verbranntem Plastik. Da drin ist aber noch eine 9 Volt Batterie und ich habe etwas Angst, dass die gleich explodiert. Ich kann es nicht erkennen, ob die Kugel auf der Batterie aufliegt oder auf etwas anderem. Ich habe mich entschlossen, das Ganze mit Wasser zu löschen. Erst einen Schluck für den Papa und jetzt einen Schluck für die Kugel. Die Kugel ist immer noch ziemlich heiß. In dem Rauchmelder ist jetzt Elektronik drin, heiße Kugel und jetzt auch noch Wasser. Also ich fasse es nicht mit der Hand. Ich denke, dass das Experiment sehr erfolgreich war, denn der Rauchmelder hat funktioniert und würde somit Menschenleben retten. Und ich, Freunde, brauche eure Tipps für nächste Experimente. Das, was ihr sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Hier noch zwei Videos und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die nächsten Experimente nicht verpasst. Ciao!